Dann geh immer mal ein bisschen auf Abstand und guck es dir mal aus der Ferne an. Du musst jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was Längeres verwenden, dass du weiter kommst. Ja, also ich würde dann das als breiteste Stelle auf der Seite und dann von hier bis da hinten.